Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist beendet und natürlich gibt es wie immer auch noch mein Team des Turniers, welche elf Spieler meiner Ansicht nach auf den jeweiligen Positionen so am besten performt haben. Das System, das ich gewählt habe, ist ein 4-3-3 mit einer falschen 9, aber fangen wir direkt mal im Tor an. Und da gibt es tatsächlich einen Spieler, der nicht allzu weit gekommen ist. Ja, er war im Achtelfinale und zwar mit Georgien, also schon eine gute Leistung und die war vor allem auch ihm zu verdanken, nämlich natürlich Mama Daschvili und da muss man sagen, er hat wirklich in jedem Spiel überragt, hat mit Abstand die meisten Tore im Turnier verhindert, obwohl andere Torhüter nochmal mehr Spiele hatten. Normalerweise bin ich kein Freund davon, Spieler zu nehmen, die nicht mindestens ins Viertelfinale bei einem Turnier kamen. In dem Fall bleibt mir aber keine andere Wahl, da einfach die Torhüter ansonsten nicht wirklich stark performt haben. Da war Mama Daschvili einfach der Beste, vor allem wenn man auch das Finale anschaut mit Unai Simon und Jordan Pickford, gab es glaube ich noch nie ein Finale, in dem die Torhüterpositionen so schlecht besetzt waren. Also das waren ja wirklich zwei der schlechtesten Torhüter im Turnier. Da hatten selbst kleinere Nationen wie eben Georgien oder auch Slowenien mit Oplak deutlich bessere Torhüter. Andere Optionen wären wie gesagt Oplak noch gewesen, Thiago Costa von Portugal, Donnarumma, der war ähnlich stark wie Mama Daschvili, aber die kamen halt auch nur ins Achtelfinale. Dann ein Mike Magnon von Frankreich kann man erwähnen, die kamen ja auch am weitesten von den hier erwähnten Torhütern. Dennoch hat es für mich nicht ganz gereicht und auch Verbrocken von der Niederlande hat kein schlechtes Turnier gespielt. Mein Rechtsverteidiger hat in dem Turnier tatsächlich nur links verteidigt, aber er ist rechtsfuß, kann auch rechts spielen, hat das früher schon gemacht, ist generell sehr flexibel. Und zwar ist es Ferdi Cardioglu, denn ich wollte unbedingt einen Spieler von der Türkei. Man hätte auch über Ada Güler reden können, den erwähne ich später noch. Aber letztendlich wurde es für mich Cardioglu, der wirklich herausragend war, war immer wieder in der Chancenkreation beteiligt, hat extrem viele wichtige Pässe gespielt. Dementsprechend wollte ich ihn hier als Vertreter der Türkei auch so ein bisschen drin haben. Und ich habe ihn hier tatsächlich auf die andere Seite gepackt, obwohl er auf der Rechtsverteidigerposition starke Konkurrenz hatte. Kimmich hat ein gutes Turnier gespielt. Man kann auch Cavaral von Spanien erwähnen. Genauso ein Koundé von Frankreich, der es gegen die gegnerischen Flügelspieler extrem stark gemacht hat. Defensiv, auch offensiv seinen Impact hatte. Und auch Kyle Walker von England kann man erwähnen. Rechter Innenverteidiger ist bei mir. Ich habe gerade schon Koundé erwähnt und einen von Frankreich musste ich einfach dabei haben, weil die wirklich eine sehr gute Defensive hatten. Und es ist nicht Upamecano, der auch ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Es ist William Saliba. Hat eigentlich links gespielt, aber ist der Rechtsfuß und spielt auch bei Arsenal rechts. Daher geht das hier auf jeden Fall klar. Und den wollte ich auf jeden Fall drin haben. Hatte auch noch ein paar gute Alternativen, wobei jetzt keiner so wirklich heraussticht. Rüdiger kann man erwähnen, Upamecano wie gesagt und auch Fabian Schär von der Schweiz. Und jetzt kommt tatsächlich nochmal ein Spieler, jetzt sogar ein Feldspieler mit dem linken Innenverteidiger, der nicht über das Achtelfinale hinauskam. Wie gesagt, bin ich eigentlich kein Freund davon, Spieler zu nehmen, die schon so früh ausgeschieden sind. Aber bei dem Turnier bleibt mir gewissermaßen keine andere Wahl, denn die großen Teams kamen zwar weit, haben aber trotzdem scheiße performt, während dann eben solche herausragenden Leistungen von kleineren Teams und den Spielern dort deutlich mehr herausstechen. Genauso geschehen bei Jakar Biol, der eben in dem Team ist, linker Innenverteidiger bei Slowenien gewesen, die ja ins Achtelfinale kamen und da tatsächlich über 120 Minuten auch die Null gehalten haben gegen Portugal. Das ist halt auch nochmal ein Verdienst von seinen Defensivfähigkeiten, statistisch einer der besten Verteidiger des Turniers. Und er hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sie beinahe ins Viertelfinale sogar kamen, sind ja dann letztendlich nur im Elfmeterschießen gescheitert. Generell eine der besten Defensiven im Turnier, nur zwei Gegentore in sogar vier Spielen bekommen. Klar auch einem Oblak zu verdanken, aber vor allem als Abwehrchef war Biol extrem stark. Auch hier gab es jetzt keine herausragenden Alternativen, dennoch muss man ein paar erwähnen. Zum einen Ake von der Niederlande, der vor allem im Spiel mit Ball extrem stark war. Dann ein Laporte, auf den eigentlich genau das gleiche zutrifft, aber gegen den Ball so ein paar Probleme hatte. Und einen Mike Gray von England muss man hier auch erwähnen. Die hatten zwar kein herausragendes Turnier, aber defensiv standen sie zumindest in den meisten Spielen ziemlich gut. Linksverteidiger ist für mich eine klare Sache und zwar der erste Spanier, aber es werden schon noch ein paar kommen. Und zwar ist es der ausgepfiffene Mike Cucurea, der wirklich ein herausragendes Turnier gespielt hat. Schon vor dem Deutschlandspiel, auch danach, vor allem im Finale wieder extrem stark. Konnte da außen wirklich ein extrem gutes Duo mit Nico Williams bilden. Mal ist er eben außen vorbeigegangen, hat die Breite besetzt, konnte aber auch mal gut in den Halbraum gehen. Und hat da oft auch als inverser Außenverteidiger glänzen können. Alternativ hat Theo Hernandez auch wirklich ein herausragendes Turnier gespielt. Letztendlich hat es halt für Spanien gereicht, für Frankreich nicht. Daher muss hier Cucurea rein, der auch von den Leistungen vielleicht nochmal einen Tick stärker war. Und auch Nuno Mensch kann man erwähnen von Portugal, aber da ging es halt auch nicht ganz so weit. Gehen wir über zum Dreier-Mittelfeld und das ist wirklich sehr stark besetzt. Wir fangen an auf der Sechs und zwar spielt da bei mir ein Schweizer mit Granit Xhaka. Da wollte ich auch auf jeden Fall einen im Team drin haben. Kam ja ins Viertelfinale, beinahe ins Halbfinale. Also da muss auf jeden Fall einer rein. Und wenn einer heraussticht, dann ist es halt eben Granit Xhaka. Auch wenn er dann gegen England verletzt war, aber er hat immer seine Leistung gebracht. Ähnlich wie bei Leverkusen wurde er eingesetzt und hat da auch performt. Deshalb muss ich ihn hier reinnehmen. Ich hatte tatsächlich auch noch länger überlegt, ob ich ihn oder seinen Partner auf der Sechs bei der Schweiz mit Remo Freuler reinnehme. Also den erwähne ich jetzt an der Stelle, hat aber letztendlich nicht gereicht. Ein Rotri wurde jetzt tatsächlich Spieler des Turniers, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, er ist mittlerweile für mich klar der beste Sechser der Welt und hat auch eine gute EM gespielt. Aber die war jetzt nicht so herausragend, dass er für mich hier rein muss. Und erst recht nicht, dass er Spieler des Turniers wird. Da hätte ich andere vorne gesehen. Andere Sechser, die man noch erwähnen kann, sind Declan Rice. Die kamen ins Finale. Er hat ein gutes Turnier gespielt, hatte aber hin und wieder Aussetzer, weshalb er hier jetzt nicht rein kann. Und auch Seiwald und Lobotka kann man erwähnen, auch wenn die jeweils nur ins Achtelfinale kamen. Mein erster Achter ist mit Fabian Ruif, der Spieler, den ich noch am ehesten als Spieler des Turniers gesehen hätte. War für mich wirklich der Spieler, der bei Spanien nochmal herausgeragt ist, auch wenn vor allem das Kollektivsteig war. Aber er hat im Zentrum wirklich die Fäden gezogen. War in allen Spielphasen entscheidend, sowohl im Pressing als auch mit Ball im Aufbau, aber auch vorne im Kreativspiel im letzten Drittel. Und deshalb muss er hier auf jeden Fall rein, auch wenn das vor dem Turnier so wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Bevor ich zu den Alternativen komme, machen wir direkt noch den zweiten Achter hinterher. Und ein Deutscher musste hier natürlich mindestens drin sein. Letztendlich wurde es nur einer und zwar natürlich Toni Kroos. Pro Spiel die meisten Pässe im Turnier gespielt, auch die beste Passquote aller Spieler im Turnier. Wie gewohnt extrem stark, aber auch vor allem bei der Chancenkreation war er immer der Ursprung, der alles aufgebaut. Und eingeleitet hat und deshalb extrem wichtig für das deutsche Spiel war. Mal schauen, wie man ihn ersetzen kann. Bei dem Turnier war er auf jeden Fall noch integral für das DFB-Team. Ansonsten gehören folgende Spieler noch erwähnt. Mit Ebischer von der Schweiz hat jetzt zwar die linke Schiene gespielt, aber ist im Ballbesitz immer wieder ins Zentrum. Kanté von Frankreich. Vitinha, wie in der Champions League bei PSG, auch bei Portugal überragend gewesen. Auch wenn es bei der Mannschaft nicht so funktioniert hat. Sabitzer, Cialanullu und Razvan Marín waren für ihre jeweiligen Teams auch extrem wichtig. Und ansonsten kann man auch Kobi Maynou hervorheben, der einer der wenigen Lichtblicke bei England war. Auf dem rechten Flügel sollte die Sache eigentlich relativ klar sein. Auch wenn es trotzdem krass ist, einen jetzt 17-Jährigen mit Lamin Jamal reinzunehmen. Aber er hatte sich absolut verdient durch seine Leistungen. Ein Tor, vier Vorlagen und tatsächlich mit Abstand die meisten Großchancen herausgespielt. Tatsächlich sogar doppelt so viele wie Platz 2. Also der muss hier einfach rein. Erwähnen sollte man noch, wie vorhin schon gesagt, Ada Güler von der Türkei. Aber da wollte ich einfach nur einen Spieler mit reinnehmen. Güler trotzdem extrem krass. Vor allem vorne durch seine Flanken, durch seine Standards und natürlich auch noch sein Tor. Ansonsten Bernardo Silva bei Portugal war der extrem stark. Vor allem technisch. Endoy von der Schweiz. Und auch Ousmane Dembélé kann man erwähnen. Auf dem linken Flügel ist die Sache für mich auch relativ klar. Natürlich hat auch ein Nico Williams einen Case für sich gemacht. Ist auch Sieger geworden letztendlich. Dennoch muss es für mich ehrlich gesagt Cody Rackpo werden. Der wieder mal ein herausragendes Turnier gespielt hat. Nach der letzten WM, wo er auch schon extrem stark war. Jetzt mit drei Toren, einer Vorlage. Tatsächlich sogar zwei erwartete Vorlagen. Also statistisch hat er sogar noch mehr kreiert. Wie jetzt rein auf dem Papier steht. Auf vier Großchancen herausgespielt. Somit am zweitmeisten. Also halb so viele wie Jamal. Für mich von der Performance einfach nochmal ein Stück über Nico Williams. Und man kann natürlich auch noch Quahatschredia erwähnen. Gehen wir über zur letzten Position. Und zwar der falschen Neuen in dem System. Und zwar liste ich da sowohl die Zehner als auch die Stürmer. Aber wirklich viele Stürmer haben halt einfach nicht überzeugt bei dem Turnier. Ich erwähne ja auch nur einen an der Stelle mit Mikau Taze von Georgien. Aber letztendlich konnte ich einfach nur einen von Georgien reinnehmen. Ansonsten sind es hier nur Zehner, die für mich zur Auswahl standen. Und letztendlich habe ich mich für Dani Olmo entschieden. Natürlich war bei ihm die Spielzeit begrenzt. Aber dennoch ist er halt einfach alleiniger Topscorer des Turniers. Mit drei Toren und zwei Vorlagen. Aber auch abseits der Scorer hat er ja immer großen Impact auf das Spiel der Spanier, wenn er gespielt hat. Klar, im Finale ist er ein bisschen untergetaucht. Hat er nicht mehr so stark performt. Dennoch hat es für mich gereicht, dass er hier in das Team des Turniers kommt. Hatte da aber auch nicht die stärkste Konkurrenz. Klar, Musiala kann man hier auf jeden Fall auch noch erwähnen mit drei Toren. Aber ich fand ihn, wenn man jetzt mal die Tore rausnimmt, dann hat er nicht ganz so stark performt bei dem Turnier. Werden mich jetzt viele wahrscheinlich für hassen für den Take. Aber fand ich nicht ganz so stark. Olmo fand ich auf jeden Fall besser. Xavi Simons kann man noch erwähnen. Und tatsächlich auch Christian Eriksen, der mit Abstand die meisten wichtigen Pässe pro Spiel gespielt hat für Dänemark. Aber halt auch nicht allzu weit kam. Das soweit mein Team des Turniers der EM 2024. Letztendlich fehlt ein Engländer, die im Finale waren. Aber ganz ehrlich, diese Leistung hat es einfach nicht verdient, dass ich da einen mit reinnehme. Auch wenn ich ja ein paar zumindest erwähnt habe. Ich habe vier Spieler vom Sieger des Turniers mit Spanien. Ansonsten von allen Mannschaften nur einen, also von niemandem zwei oder mehr. Dabei von allen Teams, die im Viertelfinale waren, einen Spieler. Außer von England, wie gesagt, und von Portugal auch keinen. Und dann natürlich noch zwei von Überraschungsteams, die es nur ins Achtelfinale geschafft haben. Mit Mamadashvili von Georgien und Jakar Biolf von Slowenien. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Team in die Kommentare. Ich habe versucht, es so repräsentativ wie möglich zu machen. Dass auch die Leistungen der Teams dementsprechend gewürdigt werden. Und auch die der Spieler. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie euer Team des Turniers aussehen würde. Auf den jeweiligen Positionen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.